jetzt nehmen wir sie mit und essen wir gleich hinter so cool wie der coolste ist damit deshalb stören oder schauen ob die gesund liegt und das nicht sehr okay passt dann schnell darüber grüße den check wochen tatsächlich so ist der kugel für schießt das wollte ich zwar nicht aber egal da kommen wir das rennen ja dafür kriegst du wirklich sehr gut weil du musst das ekle verpissen dann sobald die gegner wieder kommen die was ins wasser springen ok da sitzt aber keinen kart runter vielleicht doch ich sag guck warte mal wir laufen da jetzt und egal was das ins wasser gesprungen ist das töten außerhalb alles gut so nah dass ich keinen karton ist schnell durch so wir waren da rechts wir waren da oben gibt es in der mitte auch was das hört man jetzt auch ansehen Okay, auf irgendwas hat sie geschossen und irgendwas ist explodiert. Ja, das ist wieder ein Käferle. Nehmen wir mit. Jetzt hab ich auf einmal... Oh! Jetzt hab ich auf einmal Zelda Flashbacks. A Queen of Time. Wieder ein. Decken die wenigstens? Ja, das decken. Oh! Keine Ahnung, was ich mit der Eier machen sollte. Ah, noch mehr. Die sind ja schon fast zu schade, um sie liegen zu lassen oder um sie wegzuhauen. Das Feuer ist noch nicht erloschen. Man kann es wohl noch benutzen. Okay. Kann man jetzt irgendwie ausrüsten? Ne, okay. Dachte, vielleicht kann man da Spiele oder sowas machen. Da ist ein Ei Braun. So, dann ist der nächste... Oh! Kelch Silber. Oh! Ist ein Schatz, glaube ich. Ist sehr nice. Ja, habe ich gesagt. Ich werde auch, glaube ich... Ich lasse es einmal. So. Okay. Sonst sehe ich da jetzt nichts mehr. Dann... Das Boot sieht ziemlich runtergekommen aus, als ob es schon lange nicht mehr benutzt worden wäre. Okay. Hm. So. Gut. Dann sind wir da fertig. So. Und dann... Auf was? Ziel ist sie da. Ah, da oben. So. Gut. Ähm. Wir schauen jetzt noch da rauf. Ich glaube, da müssen wir es auch noch hin. So. 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 Mal. Ich hoffe, da gibt es keinen Fischboss. Oh, was ist da? Mal aussteigen. Das braucht man natürlich auch. Da gibt es sicher wieder einiges, das ich übersehen habe. Aber... Ein und für sich finde ich es ganz cool, dass man sich da ein wenig umschauen kann. Oh. Super. Dass man da auch belohnt wird, wenn man sich da ein wenig umschaut. Das mag ich schon wieder. Oh, oh. Ich glaube, da gibt es auch irgendeine Waffe. Oh, oh. Wer nimmt die jetzt? Okay. So. Er hat einen Schuss. Hm. Vielleicht wegen einem Boss oder so. Mal schauen. Gut. Gut. Dann. Ja. Schauen wir noch da hin. Weil es ziemlich klein ausschaut. Womöglich haben wir eh schon alle Tafeln. Hm. Schupp. Muss nicht. Langsamer doch haben wir dann auch wieder genug. Zack. Da könnten wir runter ins Wasser. Das machen wir auch gleich. Hm. 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 wo wir hier auch noch hingefahren sind. Nett, dass der Krokodil im Wasser ist. Ah. Ah. Klettern. Okay. Sonst ist aber nichts. Okay. Na cool. Die Frage ist. Hm. Hm. Da unten links. Da konnten wir ja nicht durch die Türe. Kommen wir da noch lang? Hm. 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 Karte zu... Oh. Ähm. Ah. Da unten. Es gibt sogar sogar noch eine Tafel. Okay. Es wurden... Achso. Okay, ja. Hm. Hm. Gut, das heißt, eine Karte gibt... Äh, eine Dings gibt's noch. Tafel des Schamanen eingesetzt. Tafel... Tafel... Passt. Okay, einer fehlt noch. Wieso alles gerade hier etwas hineinpassen? Dann müssen wir da doch noch irgendwie durch. Vielleicht mit dem Raketenwerfer. Ja, aber wir werden's hoffentlich gleich herausfinden. Ahem. Ahem. Ah, wo konnten wir da uns hinpacken? Achso, Blödsinn. Das ist ja ganz woanders. Das war da unten. Diese verschlossene Tür, die ich jetzt gemeint habe. Okay. Okay. Zur Zeit noch alles ruhig. Die Frage ist, wo wir hier parken können. Und aussteigen können. Ah, hier. Kontrollpunkt. Na wenigstens was. So. Da oben wird uns auch schon angezeigt, wo mich die Tafel befindet. Aber das sind sicher ein paar Gegner. Okay, das triggert's aber noch nicht. Ein bisschen Geld. Da könnten wir auch runter schauen. Das brauchen wir auch. Laut. Du sag'n Platz mit, ey. Ähm. Bumm. Ähm. Mach was kurz so. Jetzt nochmal das wegwerfen. Ähm. Ähm. Genau. Dann nimmst du das. So, jetzt kriege ich von dir einmal das. Und einmal das. Dann kombinieren wir das. Und das tauschen wir jetzt wieder geben. Thanks, Pot. Take this. Genau. Und nochmal. Perfekt. Die zwei tauschen wir raus. Dann haben wir alles gemacht. Ja. Das ist da drin. Das holen wir jetzt. Okay. 100 Stück schon wieder. Wah. Ja. Behalte die mal bitte. So. Dann haben wir nur noch einen Kelch. Oder was anderes. So. Dann könnten wir uns da. Oh oh. ㄹⁿ Ähm. Das äh kann mich? Das ist jetzt bist du doch. Ich bin angemar. ja was das jetzt für schieber vielleicht nur in der munition dabei wird nicht so aber wenn er gehört was soll dass mir so oft reißbare aber jetzt gerade jetzt gerade wieder im hals ein wenig sonst ist aber nichts mehr gut dann holen wir uns aber bevor wir da jetzt hineingehen okay wir gehen jetzt hinein passt werden sicher wieder gegner kommen tafel des kriegers ich weiß schon übersehen habe wobei es pro kapitel nicht so viel so viele probleme gibt okay gegner mehr gut und steigen ein und düsen wieder abkontrollpunkt ja wieder zurück und dann können wir durch die türe ja ich kann steh bleiben nice aber auf jeden Fall okay